ja meine freunde willkommen zurück mal wieder zu einem armer 3 besonderen video vielleicht kennt ihr das ja auch schon vielleicht weiß auch schon der ein oder andere was wir vorhaben was wir mal Sportlimo gegen Sportlimo aufeinander prallen lassen das gibt es ja schon glaube ich etliche videos davon und etliche versuche wir wollen einfach mal schauen was uns in dieser aufeinander passieren wird er wird immer sagen der counter Pascal und jetzt geht's einfach Gas geben und man kann es hilft nicht ja jetzt gucken mal was passiert aber auch richtig mitte von der wie jetzt auf der mitte ach so ja ich sehe dich noch gar nicht doch da will ich oh mein gott was passiert bei mir ist mein Auto kaputt was bei mir ist gar nichts passiert ich muss noch in slow motion abschweren gucken was passiert ja jetzt aber nicht jetzt aber nicht mach nachher bei mir bin ich durch die durchgepackt alter okay warte nämlich oh mein gott wir holen den Summer Grape Pair okay ja okay okay dann vielen Dank fürs Zuschauen für dieses Experiment also bei uns hat es nicht so geklappt vielleicht habe ich ihn auch gar nicht richtig so berührt ja vielleicht probieren wir es nochmal machen wir eine zweite Runde von daher entweder bis gleich oder bis im nächsten Video Leute haut rein ciao